90 plus 60 geteilt durch 2. Wie schon vermutet, sind meine Mathehelden nicht darauf hereingefallen, ob hier A, B oder C herauskommt. Schauen wir uns aber zunächst mal die Lösung an. Was du auf jeden Fall feststellst, dass du hier Punkt vor Strich rechnen musst. Also du musst zunächst 60 geteilt durch 2 rechnen, was ja 30 ergibt. Und 90 plus 30, ich glaube das schaffen wir auch noch im Kopf, ergibt 120. So, blöd jetzt nur, dass die 120 hier nicht vorkommt. Also A und C können wir auf jeden Fall schon mal ausschließen. Aber was ist denn mit B? Hier versteckt sich doch noch so ein Ausrufezeichen. Und das steht für Fakultät und ist diejenige Funktion, die jeder natürlichen Zahl, das Produkt aller ganzen positiven Zahlen zuordnet, die diese Zahl wiederum nicht übertreffen. Das bedeutet jetzt ganz einfach und beispielhaft formuliert, 3 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3, 4 Fakultät ist 1 mal 2 mal 3 mal 4 und 5 Fakultät ist einfach 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5. Und wenn du das mal ausrechnest, probier es gerne aus, wirst du exakt 120 erhalten. B ist also richtig und das war Martin mit Nick.